Du schrallst alle in ein paar Zwei. Ja, das meinte ich auch damit. Da, Juke! Und mit dem mach ich das auch. Nur das geht nicht. Nee, du musst jetzt... Alles anders... Oh, das wär so schön. Ach so, der ist früh zu weit. Vielleicht. Du musst ihn ja nicht. Du musst ihn jetzt... Nein, mach... Geh weg. Ja genau, ich muss das hier machen. Voll einfach, ey! Das erste Rätsel, was ich ohne Johannesbrot geschafft hab. Das stimmt. Aber das ist noch viel zu alt nicht. Diese Test kann man sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. Und sich von allem Überflüssigen trennen. Irgendwie macht das alles. Ja, ich hab ich euch noch eingeschätzt. Lalalalalalalalalala Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche, wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen Und echtem Konfetti Dem Guten Die letzte Tüte Ich werde sie vermissen Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen Die Tüte Ähm, okay Wir haben hier eine Brücke Wir haben hier Wasser, das überhaupt keinen Sinn ergibt Dann haben wir hier Ein Kistending wahrscheinlich, oder so Was ist das? Also das hier ist ja schon mal darauf schließend, dass man mit dem Portal die Kiste aufwenden soll Damit sie nicht ins Wasser fällt Dann haben wir hier noch mehr Wasser, eine weiße Wand Und wir haben hier einen Schalter Ich gehe einfach mal rauf Wow Ja, ähm Aber wie hole ich die Kiste ohne Knopf? Das ist eine Frage Da ist was Du musst jetzt mit der Brücke das gesamte Rätsel lösen Mit einer Brücke Ja, die Sache ist nur Das ist der Knopf, oder? Ja Also mache ich da jetzt einfach hier so ein Ding hin Und das ist ja total einfach Ja, das war wirklich schlau Weil jetzt hältst du gleichzeitig die Kiste auf Stimmt, Alter Ich bin so gut So gut Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Ich verarsche Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann Verstehen kann Hey Blecheimer, ich kann dich hören Mit dem Akzent klopfen ich laufe Wo ist er hin? Ach so Ah Jetzt geht's nämlich richtig los Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Sieben voll, sieben voll Sieben voll Wir beide sind auf der Flucht Wir fliegen von hier Also immer schön weiterrennen Voll geil Voll geil Okay Wir deaktivieren ihre Turmproduktion Deaktivieren ihr Nervengift Und dann treten wir ihr gegenüber Für den Moment genug Laufe! Was gehört? Ich soll meine Beine in die Hände nehmen Oder was hab ich gehört? Ja Nicht nur das Wir machen jetzt erst alle Ja Wir haben fast deinen letzten Test Echt? Sieh her Warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan Deines kleinen Freundes Hey, warte mal Wo gehst du hin? Dreh niedlich Ein Reis Du musst nie herangehen Damit du es sehen kannst Ah Sie hat auch eben Herzaufwand gemalt Sie hat das alles unter Kontrolle Ich hab mir gar nicht verstanden Was sie gesagt hat Ich war so abgelenkt davon Ja, ein Rehkitz Du musst näher rangehen Damit du es nochmal erkennen kannst Aber jetzt hab ich die Überraschung Ja nicht gekriegt Oh Du wärst bestimmt freigekommen Ich rette, das ist genauso hoch Ist das jetzt nur noch so? Also ich meine Keine normalen Tests mehr Doch, danke Willst du hin? Wer will jetzt zu der Turmproduktion? Was passiert da drin? Oh Du musst es mit dem einen den anderen Lauf einfach hin Ach ja, genau Versuch, hierher zurückzukommen Du kannst auch einfach gegenlaufen Warum stimmt der denn nicht? Kannst auch die Hüter liegen Du darfst nicht, wenn du loslässt, aufhören zu schütteln Ich höre Schüsse! Du kommst einfach nur eins und schlenker mal Ich bin aber, pass auf die Schüsse auf! Auch wenn es zu schnell ist, ich hab's zumindest versucht! Ich bin aber nicht gepflegt Hä? Wo bist du denn? Wer will dann hier rüber? Alter, was stimmt denn denn? Fehlfunktion Fehlfunktion Und, wo muss ich hin? Da ist schon mal ne Wand Ach so, sowas muss ich noch Du musst nicht nur laufen, das wär langweil Das wär langweil Kann ich irgendwo rüberschießen oder was? Da rechts Ah, jetzt da Wo rechts? Ja, weiter zurück und schieß einfach Muss nicht hin Haha Hat das geklappt? Ja geht's gut, super, los! Wo bist du? Hier lang, hier lang Geschütztürme Was? Geschütztürme Lauf! Lauf! Da ist der Ausgang, wir haben's fast geschafft Der Spieler ist alles zusammen Das würde bestimmt niemand dran hindern Ah, das macht alles kaputt Alter Kann Emma nicht schneller Kann Emma nicht schneller Ah Ah In den Fahrstuhl Wo sind die Leute Freuen wir das? Geil ey Geil! Ah Kapitel Ende würde ich sagen Echt? Jetzt kommt glaub ich Das Kapitel Das Wegrennen Nein, irgendwie sowas Die Rappen ja schon weggerannt Die Flucht Nee Der ist ja nicht draußen Okay, dann sehen wir uns Übermorgen Nein, irgendwann sehen wir uns wieder Mit der Flucht Das Spiel geht grad voll ab Yeah Motherfucker Noch einen letzten Satz, Johannes Brot Blinkendes Grün ist besser als blinkendes Rot Du bist...